Was ist die Organisation dieser Konferenz? Ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht, zu sehen, besonders heute in der Früh, die verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, die hier zusammenkommen sind. Ich fand das sehr inspirierend. Eine letzte Frage. Bitte erzählen Sie Ihre Erinnerung, über die Universität der Chasen? Es ist ein bisschen early, dass ich eine Erinnerung habe. Heute war alles sehr gut organisiert. Ich habe hier gerade hierher gekommen, und ich hoffe, mehr über die Universität zu erfahren. Vielen Dank. Vielen Dank.